hallo leute und willkommen hier bei me apple cat die beta 4 von ios 14 ist da und ich will euch mal zeigen was alles neues drin steckt erstmal die update größe die lag bei mir bei 550,7 megabyte kommen von der beta 3 natürlich das variiert so etwas um die 600 lag das immer je nach gerät etwas unterschiedlich ja und es gibt auch einiges neues zu berichten erst einmal fangen wir mit den widgets an ich gehe mal hier in den bearbeitungsmodus gehe mal auf das plus denn wir haben eine ganze menge mehr vorgefertigte widgets die man hier sehen kann in der beta 3 waren das hier noch viel weniger da hat apple einiges hinzugefügt bis man dann hier unten auf die ganze liste kommt die war davor nämlich etwas länger ganz neu mit dabei ist zum beispiel auch hier das apple tv widget wenn ich da mal drauf gehe gibt es ja natürlich noch mal drei verschiedene ansichten einmal das kleine apple tv widget dann das mittlere und einmal das große mit der entsprechenden vorschau was man sich jetzt hier aussuchen kann und ja bei mir ist das wetter wieder erschienen das wetter war in der beta 3 bei mir komplett weg und das icon war einfach nur noch schwarz nun ist es wieder da das war aber wohl ein problem was nicht jeder hatte aber bei mir ist es eben aufgetreten außerdem sieht man dann hier noch mal was alles so dazu gekommen ist das news widget hier das apple tv widget bekommen wir vorgefertigt und so weiter also da wird noch eine ganze menge dran gearbeitet wenn wir jetzt mal bei den widgets bleiben und ich gehe auf ein widget drauf zum beispiel hier auf das wetter und gehe dort auf widget bearbeiten achtet mal auf den hintergrund der ja so verschwommen dargestellt wird der ist jetzt hier bläulich denn das wetter widget ist ja von der grundfarbe her blau wenn ich jetzt mal auf ein anderes gehe sagen wir hier auf das musik widget und gehe dort das geht nicht das kann man nicht bearbeiten aber ich gehe mal hier auf das uhren widget zum beispiel gehe auf widget bearbeiten wird der hintergrund nicht mehr blau sondern eher so ja orange hinten dargestellt also das ändert sich je nach widget das hier bearbeitet wird dann sieht eben der hintergrund anders aus hier kann man es noch mal ganz gut sehen da wird es eben blau bei dem anderen war es eben eine andere farbe und da ist mir noch was aufgefallen und zwar bei den ordnern wenn ich jetzt da müssen wir mal ganz nah rangehen achtet mal hier auf den ordner soziale netze den ich habe wenn ich den hier so rüber ziehe dann ändert sich da auch oder man sieht quasi das hintergrund bild und die farbe des ordners ändert sich ich gehe mal noch näher ran da kann man das schön sehen dass die farbe sich ändert wenn das grün dahinter ist und ja das war bisher auch noch nicht der fall dass das so transparent ist dass man dort eben diese kleinen änderungen in der farbe sieht mit dem hintergrund bild und dass das so interagiert mit den ordnern also eine ganz kleine änderung ich weiß gar nicht die war wahrscheinlich auch schon der beta 3 habe ich aber nicht gesehen ist mir jetzt aber aufgefallen dann noch ein wort zum uhren widget das ding ist echt buggy also zumindest war es das die ganze zeit manchmal hat es die uhrzeit gar nicht angezeigt ihr seht die laufen ja parallel die normale uhren app und dann hier die große die ich habe manchmal lief die hier gar nicht mehr weiter oder sie hat mir nur die cooper tino zeit angezeigt obwohl ich hier berlin eingestellt habe und 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 also echt echt buggy mitunter gehen wir mal in die einstellungen rein da gibt es auch was neues und zwar wenn wir mal hier ein bisschen runter scrollen haben jetzt hier einen extra punkt begegnungs mitteilungen und da sieht man dann eben wenn die entsprechende app aktiviert ist um eben ja diese kobe 19 geschichte zu überwachen und euch zu sagen wenn irgendjemand da bei euch in der nähe war der positiv getestet wurde und er natürlich auch die app nutzt also da gibt es jetzt hier dann extra punkt mit neuem icon und in der wetter app wo habe ich sie da gibt es auch eine kleine neuigkeit wenn wir die ganz normal mal öffnen dann sehen wir jetzt dass hier bei der sonne wolken ansicht die sonne auf der rechten seite rauskommt und nicht mehr auf der linken das haben sie geändert warum auch immer hier gibt es noch ein tolles neues widget das ist nämlich das widget für die shortcuts oder die apple kurzbefehle kann man jetzt hier sich auch hinpacken ich zeige euch mal kurz wie das aussieht wir gehen auch mal hier oben auf das plus und suchen uns dann hier unten mal die wo haben wir sie die kurzbefehle raus und dann kann man da noch mal wählen entweder hier so eine ganz kleine ansicht da ist dann nur ein kurzbefehl der angezeigt wird oder eben diese mittlere die ich habe da haben wir vier kurzbefehle oder ihr könnt auch das große holen da ist eine ganze menge mit dabei und die kurzbefehle die könnt ihr ja über die eigene app wenn ihr das noch nicht kennt kannst du mal hier erstellen oder euch runterladen und dann sehr sinnvolle und praktische geschichten mitunter ausführen und das kann man jetzt eben hier direkt vom homescreen machen bisher musste man ja immer rüber swipen dann hat man hier seine kurzbefehle in der widget ansicht gefunden und hat man jetzt hier einfach direkt auf dem homescreen kann drauf drücken und das ganze funktioniert das finde ich gut man sieht da steckt noch eine menge potenzial drin in diesen ganzen widget geschichten und das waren so die offensichtlichen änderungen die mir aufgefallen sind wir schauen natürlich noch mal in den geekbench habe ich natürlich durchlaufen lassen geekbench 4 und geekbench 5 das sind im geekbench 4 die ergebnisse 35 63 und 5978 und im vergleich sehen wir da eine positive entwicklung wir haben nämlich ganz ordentlich wieder zugelegt ja so gute 400 punkte im multi core und so gute 200 ja 60 punkte im single core sind aber immer noch nicht auf dem stand den wir schon mal vorher hatten aber es geht zumindest mal in die richtige richtung und im geekbench 5 der misst ja ein bisschen anders da sehen die werte dann so aus single 7 7 6 multi 13 36 und im vergleich sehen wir auch hier ging es etwas nach oben 40 punkte im single etwa und ja so 24 im multi core also eine durchaus geringere steigung und wir sehen auch hier da hatten wir hier am 7 juli schon bessere ergebnisse aber naja es geht wieder langsam nach oben ansonsten performance mäßig läuft eigentlich ganz gut ich hatte jetzt in der beta 3 wo ich das genutzt habe echt mal so ab und an kleine ruckler gehabt oder dass sich da man hat gemerkt er hat im hintergrund irgendwas haben nicht so 100 prozent funktioniert das teil wird auch mitunter relativ warm die akkulaufzeit die ist nicht besonders gut also ich würde es echt nicht auf mein hauptgerät aufspielen man merkt eben noch deutlich dass es eine beta version ist aber alles in allem läuft es eigentlich ganz gut app crashes habe ich so gut wie gar nicht gehabt aber eben diese leichten performance einbrüche und vor allem akkulaufzeit die ist noch nicht so wie es sein soll von daher apple hat ja noch eine weile zeit bis das rauskommt wir bleiben dran ich halte euch auf dem laufenden bis zum nächsten mal macht's gut